Hallo, mein Name ist Josefine Mark. Ich bin die Autorin von dem Comic Trip mit Tropf und der Bärweiß und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen bei den Comic Cookies und Buna. Mein Name ist Andi, ach nee, mein Name ist Breedstorm und ich sitze hier mit dem lieben Andi und dem lieben Patrick wieder zusammen und wir werden heute wieder eine Runde Comics besprechen. Was habt ihr denn dabei, Jungs? Andi? Was ich dabei habe, ist ein Bier. Das Bier heißt Stallfliege, ist ein Hemp-Ipa. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich trinke es jetzt. Außerdem jede Menge Informationen zum Comic-Salon und natürlich auch Comics. Na gut, wenn es halt sein muss, rede ich heute über Toni vom Kiosk vom lieben André Lox, aka Egon Forever, erschienen bei CrossCult. Außerdem möchte ich sprechen über Neonomikon von unter anderem Alan Moore, erschienen bei Panini. Und wie sieht es bei dir aus, Patrick? Also ich habe einen Schlappe-Säppel am Start. Den Wortwitz könnt ihr euch jetzt klemmen, ich weiß, der kommt. Und natürlich zwei Comics, The Vicious Circle von Panini Comics und Black Sad, wenn alles fällt, Teil 1 und 2. So, und ich habe da mitgebracht Gilles Dergauner von Panini und Louis Riel von Chester Brown. Und Hashtag keine Werbung, ich trinke eine Pepsi Lemon tatsächlich. Aber wir sind ja nicht einer von diesen Podcasts, die stundenlang über Getränke reden, weil wir wollen ja über Comics reden und alles, was damit zu tun hat. Und bald gibt es ja das Gipfeltreffen in Deutschland zum Thema Comics. Und der liebe Andi hat ein paar Infos dafür. Ganz genau. Aus strategischen Gründen würde ich tatsächlich jetzt sogar schon aber noch vorziehen die CCA, beziehungsweise ein Gewinnspiel zur CCA. Haben noch nicht gedroppt, in was es bei der Cookies Code Authority heute geht, oder? Nö, aber du hast jetzt schon über 100 Mails bekommen zu dem Gewinnspiel. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Wir werden heute ganz ausgiebig über Gaston22 sprechen, die Rückkehr eines Chaoten. Und da gibt es ganz aktuell auch ein Gewinnspiel. Wie ihr daran teilnehmen könnt, da müsst ihr jetzt leider aber sicher bis zum Ende dieser Episode durchhalten. Denn bei der CCA verraten wir euch, was ihr dafür tun müsst, um eines von drei Bänden, einen von drei Bänden zu bekommen, den wir in Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag verlosen können. Also wir haben schon jetzt unfassbar viele E-Mails. Ist krass. Und wenn ihr auch mit daran teilnehmen wollt, dann müsst ihr warten bis zum Ende. Yo. Der internationale Comicsalon in Erlang steht an. Und Junge, was bin ich aufgeregt? Es ist ja immer ein Fest. Also der Breedsome hat es bereits gemeint. Da passieren ja Dinge, auf die sich Menschen zeitweise, ja, also mindestens mal zwei Jahre lang gefreut haben. Dass es so das Zusammenkommen, das ist die Veranstaltung der Comicszene. Und man könnte sich schon echt fragen, ob so eine Veranstaltung in dieser Art und Weise mit, ja, auch so einem Anspruchsdenken, so einer Erwartungshaltung des Publikums, ob eine Veranstaltung wie eben der Salon dem überhaupt gerecht werden kann. Es gibt ja unfassbar viele Leute, die dahin pendeln, letztlich pilgern fast schon, um dort sich mit Menschen zu treffen, die sie teilweise eben zwei Jahre und länger nicht gesehen haben. Es wird ein großes Fest und ein bisschen tun mir die Veranstalter, Leiter, das Kulturamt, den Erlangen. Das sind ganz liebe Menschen, so viel kann man mal festhalten. Und was die da letztlich auch einfach bewältigen müssen, ist ja nur eines von drei oder vier Festivals, das die im Jahr schmeißen. Der Salon ist sicherlich aber auch eins der arbeitsintensivsten. Ich habe die Tage mit einer, mit der Annika telefoniert. Annika Gleustein, liebe Grüße, die da jetzt wirklich eine Überstunde nach der anderen schrubbt. Nach dem Salon wird erstmal Urlaub gemacht und Überstunden abgebaut. Und ein Teil dieser Arbeit, den die Mädels und Jungs vom Kulturamt haben, die haben sie quasi auch mir zu verdanken. Sorry, tut mir leid, upsie. Ich möchte euch heute an dieser Stelle relativ exklusiv erste Einblicke ins Programm beim Salon geben, die so in der Form auch noch nirgends offiziell kommuniziert wurden. Alles, was ich jetzt sage, ist, sag ich mal, aber noch ohne Gewehr. Denn letztlich ist das Programm noch nicht öffentlich und ein noch nicht öffentliches Programm ist ein Programm, in dem man noch was ändern kann. Und ich gehe auch ein Stück weit davon aus, dass da noch Änderungen zustande kommen. Insbesondere, weil auch die ganze Geschichte mit den Zeiten noch gar nicht so hundertprozentig fest ist. Das heißt, nur weil es jetzt vereinzelt schon Bestätigungen für, ja in dem Fall halt Panels geht, also um Programmpunkte, um Bühnenveranstaltungen, ist noch nicht ganz klar, wann genau die eigentlich stattfinden. Und solange das nicht hundertprozentig klar ist, werde ich hier da noch keine Aussagen zu treffen können. Aber fangen wir mal ganz von vorn an. Eine Bestätigung habe ich schon und das ist ja immer so mein persönliches Highlight, auch wenn man so will, der Grund, warum ich eigentlich zum Salon fahre. Nämlich meine Interviews. Ich bin davon abgerückt, das ganze Interview-Marathon zu nennen, weil Interview-Marathon klingt irgendwie so nach Arbeit. Und bis auf den Breedstorm hier in der Runde, der gelegentlich auch Halbmarathons gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob man das noch in der Form noch macht. Also ich bin nicht so der Marathon-Typ. Ich weiß nicht, Breedstorm, das stimmt doch, oder? Marathon ist so dein Ding, ne? Ja, ich bin in der Halbmarathons gelaufen und jetzt bin ich mal in Megamarsch gegangen, ja. Aber man wird ja älter, ne? Da geht man eher, als das man joggt. Nach dem Megamarsch warst du bestimmt auch mega am Arsch, vermutlich. Also mir ging es definitiv so. Im Gegensatz zu diesen Interviews, die ich immer führe, ich habe die Bestätigung bekommen, dass ich in den Tagen, also Donnerstag bis Sonntag, jeweils 9 bis 12 Uhr, ich werde es diesmal Interview-Speed-Dating nennen. Das durchführen kann. Das ist letztlich dasselbe wie immer. In gewissen Intervallen begrüße ich da Menschen aus der Comicszene, zeichne da stundenweise Rohmaterial auf und kann euch das im Laufe der nächsten Monate präsentieren. Es wird also, wenn man so will, dann doch, auch wenn Erlang das so nicht bezeichnet, weil sie sagen, sie haben dafür keine Kapazitäten, aber eigentlich lagern sie es schlauerweise nur auf mich aus, weil ich es halt ehrenamtlich mache, wird es dann doch, wenn man so will, Erlang den Podcast geben, nur dass wir ja telestammtisch draufschreiben. Und das wird richtig geil. Ich freue mich auf viele tolle Sachen, die da passieren werden. Wo genau sie stattfinden werden, ist noch nicht raus, außer dass ich mir ja wohl wieder einen Raum teile mit den Mädels und Jungs von dieser Hochschule da in Erlangen, die da wohl Videoaufzeichnungen und Interviews machen. Den brauchen den Raum oder wo auch immer es im Detail sein wird. Das letzte Mal war es ja in dieser Einkaufspassage da in Erlangen. Diesmal ist mir noch nicht ganz klar, ob es wieder dort sein wird, aber Fakt ist, ich teile mir mit denen Raum, es wird voll toll und wir können uns auf stundenweise Interviewmaterial freuen. Und das ist auch das Einzige, wo ich jetzt schon so relativ genau sagen kann, wann es ist. Zwar noch nicht wo, aber immerhin schon wann. Bei allem anderen, was jetzt kommt, habe ich wie gesagt nur die Bestätigung, aber kann noch nichts Genaueres sagen. Worauf ich mich allerdings schon sehr, 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 sehr freue, ist, dass das Comic-Podcast-Treffen, dass das in diesem Jahr natürlich wieder stattfinden wird und diesmal auch vor Publikum. Das heißt, ihr, liebes Publikum der Comic-Cookies und auch alle weiteren Menschen, die dort beim Salon rumstreunern, haben das große Vergnügen, dem Comic-Podcast-Treffen, dem Traditionellen, das es bereits seit mehreren Ausgaben des Salons gibt, nun offiziell beizuwohnen. Ihr könnt uns zuhören, wie wir über Dinge reden. Und ich habe schon Gespräche geführt mit der Lara zum Beispiel von Yeah Comics, mit dem Toni von Paperback Podcast, habe ich schon gesprochen. Die Sandra hat auch schon zugesagt, dass sie da Bock hätte mitzumachen. Und auch weiteren Menschen, die da grundsätzlich in Frage kommen. Ihr könnt euch darauf freuen, dass das ein Comic-Podcast-Treffen auf einer Bühne vor Publikum wird. Und ich habe mega Bock drauf. Ich weiß noch nicht genau wann und ich weiß auch nicht wo. Aber es wird cool. Dann ist mir aufgefallen, dass es dem Salon so ein bisschen an hippen, freshen InfluencerInnen fehlt. Und genau genommen fehlt es ihm aber dann doch nicht, weil irgendwie streunern die dort schon rum. Deswegen war der Vorschlag, ey, lass doch mal ein offizielles InfluencerInnen-Treffen machen. Und zwar nicht so ein Ding, wo wir uns alle dann halt eben untereinander treffen und drüber reden, wie toll Comics sind. Nein, das wird letztlich so ein Community-Meeting-Ding werden. Wir werden uns bei der in diesem Fall wieder ansässigen, wieder aufgebauten und eigentlich ganz geilen, dieser Chill-Out-Stage, diesem Bereich von DATEV, wo diese Sofas waren, wo man halt irgendwie überteuerte Energy-Dings kaufen konnte und so. Und auch zocken und lesen, hast du nicht gesehen. Dort werden wir an irgendeinem Tag, zu irgendeinem Zeitpunkt so ein Community-Treffen machen. Da werden dann alle journalistisch tätigen Menschen, die sich im weitesten Sinne als Comic-InfluencerInnen begreifen, sind dann herzlich eingeladen, dort hinzukommen und natürlich eben auch ihre jeweilige Community mitzubringen, sodass man sich halt einfach mal treffen kann. Und darauf habe ich tierisch Bock, weil dieses Interaktions-Ding, das ist ja so ein bisschen was, das geht immer so verloren, wenn man möchte. Ja, wenn es einfach darum geht, sich mal auszutauschen. Und das wird in diesem Jahr hoffentlich nicht so der Fall sein. Genau, das waren jetzt die drei Punkte. Und dann geht's los mit dem eigentlichen Programm. Also, zunächst erst einmal ist das, wo schon echt viel Arbeit reingeflossen ist, der sogenannte Kleinverlagsgipfel, haben wir es genannt. Zusammen mit dem Dantes-Verlag, mit dem Weißblech-Verlag, mit The Next Art, mit Gringo Comics und natürlich auch mit Definium Prince Intoxicated. Diese fünf Verlage, die sich ja offiziell auch als Kleinverlage begreifen, die haben trotz ihrer Größe ja kein bisschen weniger Professionalität und vor allem haben die auch fast alle irgendeine Form von Jubiläum zu feiern in diesem Jahr in Erlangen. Also gerade so Weißblech und Next Art und so, die gibt es 20, 25 Jahre, die haben wirklich wahnsinnig viel Verlagsgeschichte. Und wir werden einen Kleinverlagsgipfel präsentieren. Wir haben uns zusammengeschlossen und werden drei Stunden am Stück in einer festen Räumlichkeit, die schon so halb bestätigt ist, aber ich möchte es jetzt hier noch nicht zu laut brüllen, werden wir uns hinsetzen, werden knackige Kurzinterviews führen zu Verlagsgeschichte und vor allem auch Gespräche führen zum Status Quo eben jener, wenn man so will, Comic-Kleinverlagslandschaft. Der erwartet uns richtig, richtig viel. Ich habe, wie gesagt, wir haben Highlights zu feiern, wir haben Jubiläen zu feiern, wir haben tolle Veröffentlichungen zu feiern und viele weitere Dinge. Das kann ja nur großartig werden und ich bin mir sicher, dass das Publikum diese Großartigkeit dann auch in irgendeiner Form erleben darf und ich freue mich tierisch drauf, dass wir da diesen Kleinverlagsgipfel beim Comicsalon präsentieren können. Es wurde auf jeden Fall Zeit, diesen Verlagen endlich die Bühne zu bieten, die diese Verlage schon lange verdient haben. Das wird ein Punkt sein. Dann bin ich wieder unterwegs für, das ist auch schon bestätigt, vor allem, weil ich es halt organisiere, die Comic in Bayern. Comic in Bayern ist ja ein Netzwerk, eine Initiative der Illustratorenorganisationen und wir werden einen Blick werfen auf die bayerische Comicszene. Wir werden den Status Quo festhalten und dazu verschiedene erlesene Gäste im Panel begrüßen und das ist halt schon einfach ziemlich geiler Scheiß. Also da wollen wir natürlich versuchen, in irgendeiner Form die Beteiligten der Comicszene, wer ist das eigentlich, insbesondere der bayerischen Comicszene, auf die Bühne zu setzen und diesen Status Quo festzuhalten. Und das ist unter anderem der Jonas von Comic in Bayern. Das ist der Igor vom Comic-Festival, der ist mit am Start. Die liebe Mim, sie ist Mangaka aus Bayern. Ebenso die Elisabeth. Elisabeth ist vom Ministerium in Bayern. Das hat ja ein sehr langes ministeriales Amt. Diese Ministerialrätin, glaube ich, ist die Bezeichnung. Sie kann da was präsentieren und ich bin mir sehr sicher, dass das eine tolle Runde wird, wo wir dann eben auch mal gucken können, okay, offensichtlich ist der Freistaat Bayern, so viel kann ich im Rahmen der Recherche letzten Monate sagen, ein Comic-Bundesland. Und nun ja, was bedeutet es eigentlich? Da ist scheinbar in irgendeiner Form Geld und Motivation und Bock da. Ja, worauf kann das Ganze denn hinauslaufen? Was kann die Comicszene so von sich behaupten? Die Bayerische, in welche Richtung sie gehen möchte? Was wäre ein Idealzustand? Und das werden wir innerhalb dieses Panels, das circa eine Stunde gehen wird, erörtern. Auch da bin ich doch sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und ich lade euch herzlich ein, da mal vorbeizukommen, weil es letztlich ja auch irgendwie stellvertretend steht für auch alle anderen Bundesländer und Comic-Bestrebungen, die es dort gibt. Also ich kann mir letztlich vorstellen, dass die Parallelen zu Berlin und Hamburg nicht viel andere sein dürften. Auch da gibt es staatliche Gelder, Förderungen aller Art und auch eine aktive Comic-Szene, die dann natürlich da sicherlich viele Parallelen hat. Ich freue mich tierisch drauf, kommt unbedingt vorbei. Es wird noch weitere Programmpunkte geben, die will ich jetzt allerdings noch nicht wegspoilen, weil sie noch nicht ganz offiziell und hundertprozentig abgeklärt sind. Aber natürlich arbeite ich auch wieder mit der Comic-Solidarity zusammen. Es gibt hier zwei ganz tolle, ja große Panels, die die in diesem Jahr vorbereiten. Da ist noch nicht ganz bestätigt, wer daran teilnimmt und wie es stattfinden wird. Aber ich sage mal so, es wird auf jeden Fall so eine Art Gipfeltreffen, nennen wir es mal, der Grassroots-Bewegung des Comic-Bereichs geben. Also das ist die Comic-Solidarity, das ist die Comic-Gewerkschaft und das ist Comic in Bayern. Auch da wird es gemeinsames Bühnenprogramm geben. Und das ist ja, wenn man so will, ich sage mal, das ist so die Gewerkschaft der Comic-Szene, die sich da trifft und alle Gewerkschaften, das hören die nicht gern und es stimmt auch nicht ganz, aber es umschreibt ungefähr, was ich da denke. Und ich glaube, dass da ein tolles Panel auf uns zukommt. Und dann natürlich, und auch da gibt es noch keine weiteren Details, wird auch wieder das Thema Comics gegen rechts eine große Rolle spielen. Was das genau bedeutet, müssen wir noch gemeinsam rausbekommen. Ich freue mich auf unzählige, richtig, richtig, richtig tolle Lesungen, die es auch wieder geben wird. Hier werde ich jetzt nichts verraten, was vielleicht noch krass exklusiv ist, aber ich persönlich freue mich auf jeden Fall drauf, auch mal endlich die liebe Schlogger ganz persönlich kennenzulernen. Eine von mir sehr geschätzte Comic-Künstlerin und auch Teil meiner Redaktion. Sie ist eben auch Filmfan, aber natürlich in dem Fall in Erlangen im Rahmen ihrer Funktion als Comic-Schaffende. Und auch da wird es tolle Lesungen geben, denn wenn die Johanna für was steht, dann für gute Comics und gute Unterhaltung. Ich hab Bock. Jo, das war, wenn ich so drüber nachdenke, auf jeden Fall ein ganz grober Rundumschlag der Dinge, auf die ich mich absolut noch freue. Es wird sicherlich noch vieles weiteres passieren. Es ist immer alles so kurz vorm Salon. Es ist ein bisschen viel heiße Nadeln mit dabei. Alles andere wäre gelogen. Wir müssen gucken, was das letztlich bedeutet, was dann auch wirklich zustande kommt. Aber ihr merkt schon, langweilig wird's nicht. Es wird im besten Fall noch unterhaltsam. Und vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Was wollen wir mehr? Ach ja, und dann natürlich abends Bier, ist klar. Also ich bin der Typ mit der Bierflasche in der Hand. Ach und, ich hab, ähm, das, ähm, Breedstorm und Patrick werden reich von mir beschenkt werden. Das wird's auch noch geben. Das wird episch, sag ich euch. Ich kann auch noch ein kleines Update geben bei Nerdbedarf im Discord-Server. Und beim Comic-Klatsch, da postet auch Arne, also einer der Organisatoren von Erlang, regelmäßig Updates. Also auch da könnt ihr immer wieder mal reinlesen. Der gibt dann so halbwegs offizielle Updates dazu. Ach ja, den kenn ich noch gar nicht. Mensch, faszinierend. Doch, tödlich kennst du vom Sehen. Arne kenn ich vom Sehen. Aber wenn du das sagst, dann ist das so. Ja, natürlich. Aber es wird halt einfach mal ein fucking Scheißfest. Ich hab mega Bock drauf. Ich weiß noch, wie ich beim letzten Mal am Mittwochabend schon in Erlang ankam. Ich komm auch wieder mittwochs jetzt an in dem Fall. Also das ist ja was, das lass ich mir. Ich komm sehr wahrscheinlich, ey, ich komm sehr wahrscheinlich mit dir sogar an, weil ich hab die Woche frei, also kann ich theoretisch mit dir ankommen. Sau cool. Ich werd wahrscheinlich die Bahn nehmen. Weiß ich aber noch nicht genau. Muss man mal gucken. Und du kommst da an und ich freu mich ja schon auch, hab's beim letzten Mal auch schon gesagt, wie so ein Kleinkind auf diese Veranstaltung. Und dann laufe ich da so rum und dann atme ich diese Erlanger Comic Luft und irgendwas Chemisches passiert dann in meinem Gehirn. Auf jeden Fall bin ich dann so ein bisschen high. Und das bin ich bis Sonntagabend und dann brech ich halt zusammen. Aber bis dahin ist ein geiler Trip, Leute. Ein richtig geiler Trip. Die Arbeitswoche danach ist nur eben Terror, weil dann merkst du deine Kraftreserven. Ja, absolut. Irgendwas muss ich mir überlegen. Ja. Wird ein großer Traum. Hände schütteln. Lieb sein. Und Menschen treffen. Ich hab Bock. Breedzone. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viel Bock hast du? Ich hab schon Bock. Ich muss sehen, ob das was wird. Aber also mit der Offerte, dass da natürlich ein großes Comic-Podcaster-Treffen sogar auf einer Bühne zu verfolgen sein wird. Das wird ja fantastisch werden. Denn es hat ja eine große Tradition, dass es Comic-Podcaster-Treffen gibt in Erlangen. Das erste wurde ja von Andi Süd, soweit ich weiß, ins Leben berufen und damals noch mit dem Z-Podcast. Die waren da auch mit am Start und so weiter. Also es war sehr, sehr interessant, dass das jetzt tatsächlich endlich mal einen Weg auf einer Bühne findet, wo es eigentlich auch hingehört und das würde ich mir natürlich sehr gerne ansehen. Ja, finde ich gut. Wir müssen auch gucken, wie wir das machen, auch mit der Besetzung oder so, weil ich würde tendenziell ja den Tele-Stammtisch vertreten. Das heißt, wir brauchen eine offizielle Vertretung von den Comic-Cookies. Da müssen wir uns mal, also bringen wir vorsichtshalber Sonnenbrille und Maske mit. Mache ich sowieso, wenn überhaupt das ganze Festival. Solange wir uns nicht alle eine Glatze rasieren müssen als Vertretung, passt schon. Ja, ich werde da nicht zu viel verraten, aber vielleicht gar nicht notwendig mit der Glatze. Nun gut, cool. Das war so mein, gucken wir hier auch noch, das war übrigens eher lang und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich immer noch nicht die Interviews aus Leipzig veröffentlicht, einfach weil ich halt ein Leben habe. Entschuldigung. Aber wird gut, wird gut, wird richtig gut. Ja, schön. Habt ihr Bock auf Comics und Besprechungen und so? Jo. Auf jeden Fall, aber dass du hier einfach so spoilerst, dass du offensichtlich eine neue Frisur hast, also ich bin sehr gespannt. Ich habe mein Iro tätowieren lassen. Das ist die Frage, an welcher Stelle, aber wir werden das jetzt nicht näher erläutern, sondern du hast recht, wir werden jetzt natürlich ihn langsam zu den Besprechungen übergehen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier und ich würde sagen, du brauchst eine Pause, der Patrick fängt mal an. Das war ja so klar. Also ich habe jetzt letztens Black Set Band 6 und 7 gelesen. Das ist eine Storyline, deswegen bespreche ich die zusammen, wenn alles fällt. Band 1 und 2. Es hat ein Panorama-Cover, also wenn man die beiden nebeneinander legt, merkt man, das ist ein Cover und man erkennt auch schon sehr gut einigermaßen, wer hier die Hauptfiguren sind, unter anderem Weekly, den wir aus einem anderen Black Set kennen. Das ist ein Journalist. Dann dieser Bauherr Salomon. Es hat ein bisschen was auch mit der Struktur beziehungsweise mit der Architektur von dieser Stadt zu tun, aber um was geht es denn? Black Set ist bei einer Theateraufführung, da passiert ein Vorfall und er fängt an zu ermitteln und diese Ermittlungen sorgen dafür, dass so eine größere Verschwörung so ans Tageslicht kommt, bei der unter anderem dieser mächtige Bauherr Salomon beteiligt ist. Parallel ermittelt Weekly als Journalist und sieht da auch deutlich mehr, als ihm zustehen dürfte, weswegen er auch immer wieder in Schwierigkeiten gerät. Zwischen den letzten beiden Bänden waren jetzt sechs Jahre in etwa Zeit vergangen. Wir haben in der Authority mal den Sammelband besprochen mit den damaligen Black Set Bänden und wir haben wieder Diaz, Canales und Guanidu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auf jeden Fall wieder das alte Team vereint. Nur dieses Mal hat Guanidu hat sich zeichnerisch sehr, sehr gesteigert. Also man hat nicht nur ein Gespür für diese dreckige, raue Stadt, sondern es gibt wirklich sehr schöne, detaillierte Splash-Pages und die Farbgebung passt sich dem auch immer wieder an. Also obwohl es eigentlich eine düstere Story ist, gibt es auch immer wieder so fröhliche Elemente, die dieses Cartoonige immer wieder betonen, dass es anthropomorphen Menschen sind. Aber dieses Mal ist die Story nicht nur, weil sie auf zwei Bände verteilt ist, größer, sondern ich habe da das Gefühl, dass hier diesmal die Story um einiges vielschichtiger ist. Also nicht nur, weil hier mit Shakespeare-Zitaten um sich geworfen wird, sondern weil man sich jetzt hier wirklich die Zeit nimmt und diesen Mikrokosmos wirklich von mehreren Seiten beleuchtet. Sei es durch den Bauherrn, sei es durch Weekly, sei es durch Black Set. Black Set verkommt hier fast schon eher zu einer Nebenfigur, aber das gefällt mir hier, dass es für Black Set-Verhältnisse etwas vielschichtigeres hat, dass das wirklich so ein schöner Crime-Noor ist mit seinen Ecken und Kanten. Keine Sorge, es wird nie so im Vergleich Sin City, aber es ist schon für Black Set-Verhältnisse ein bisschen härter, ein bisschen komplexer. Es macht Spaß, also auch die Zeichnungen haben sich sehr gesteigert. Ich finde sogar, dass die so gut sind, wie lange noch nicht. Und wir haben in der Authority immer wieder angeprangert, oh ja, das ist vielleicht ein bisschen einseitig gestaltet. Hier ist es schon komplexer und macht Spaß. Und auch, dass hier die Leute fast alle schon eher so Mühlen, beziehungsweise so Rädchen in so einem kleinen Mühlwerk sind, sorgt dafür, dass man auch ein bisschen mal Schiss um die Charaktere bekommt, dass hier ein bisschen mehr passieren könnte. Also für mich ist das bisher die stärkste Black Set-Story und ist wirklich ein schöner, atmosphärischer Crime-Noor mit so einer Disney-Optik. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ist auch optisch wirklich ein Knaller, deswegen beide Daumen nach oben. Ich finde es ja krass, dass du sagst, das Ganze hat sich zeichnerisch nochmal entwickelt. Denn die ersten fünf Bände von Black Set, die ja auch schon in Gesamtausgaben wohlgemerkt erschienen sind, jetzt kommen neue Bände. Wie sinnlos können Gesamtausgaben überhaupt sein? Egal. Da frage ich mich schon, das war ja schon immer eine Serie, die für ihre herausragend wunderschöne Optik bekannt war. Jetzt sagst du, es ist nochmal besser geworden. Das heißt ja eigentlich, es muss ja wunderschön sein. Wie sagt man es denn besser? Also letztlich, das finde ich ja extrem beeindruckend, das hat sich nochmal gesteigert. Allein ist Grund genug für mich, da nochmal reinzuschauen. Und ja, okay, das ist ja immer schon bei Black Set so gewesen, dass es ja quasi so abgeschlossene Geschichten waren. Man konnte ja letztlich in einer mehr oder weniger wilden Reihenfolge lesen. Da basiert jetzt nicht so unfassbar viel aufeinander. Das finde ich gut. Ist das was, wo du sagst, ey, das ist so geil, da würde ich mir auch nochmal Band 8, 9 und 10 kaufen? Eigentlich ja. Und um da vielleicht eine Anschlussfrage anzuknüpfen, nein, du musst die Vorgänger dafür nicht kennen. Die alten Charaktere, die auftauchen, bekommen nochmal genug Erklärung. Also wenn ihr sagt, der Rest interessiert mich nicht, ich spring jetzt erstmal da rein und guck, wie mir das gefällt, kann man auch super machen. Man muss die Vorgänger dafür nicht kennen, um damit Spaß zu haben, weil die wirklich alle für sich selber standen. Ähnlich wie damals Sin City, es gibt immer wieder Verknüpfungen, aber du musst es dafür nicht kennen, um da durchzusteigen. Naja, aber er hat wirklich sehr schöne Splash-Pages, die detailliert sind, ohne dass es überfrachtet wirkt. Also er hat das Erzählen nicht nur hinsichtlich der Erzählung besser auf den Punkt gebracht, sondern auch auf den Seiten hast du irgendwie das Gefühl, da passiert mehr, da ist er auch mehr auf den Punkt, was das Erzählen angeht. Weil ja, Erzählen ist ja sowohl das Artwork als auch die Story. Ich finde, das haben die in einigen Sachen wirklich sehr gut auf den Punkt getroffen. Und das trotz der Überlänge, weil es jetzt diesmal auf zwei Bände gesplittet wurde. Aber gerade das hat für mich der Story wirklich geholfen. Also wir kommen da wirklich noch auf eine Verschwörung, die hat unter anderem mit der Bahn zu tun. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie gut ich auf die Bahn zu sprechen bin. Deswegen fand ich das da in der Hinsicht auch wieder lustig. Also ich denke, Black Set, das kann man durchaus immer komplett haben. Und also den Band werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Das war immer großes Kino, was da abgeliefert wurde. Und ich freue mich, dass da neues Material jetzt da ist, obwohl es vielleicht im Regal ein bisschen komisch aussehen könnte. Ja, dann müssen sie in zwei Jahren noch mal ein Band rausbringen. Und dann in sieben Jahren, wenn da der nächste Band kommt, dann müssen sie noch mal ein Gesamtband rausbringen. Ich verstehe schon Andis Verwirrung. Das ist immer so bei diesen Gesamtausgaben. Egal was, ob jetzt im Filmbereich, im Comicbereich, so ein bisschen sind Gesamtausgaben, na ja, für diese Sammler. Und ich kann diesen Sammelaspekt bei vielem ja eigentlich nur so gar nicht nachvollziehen, in vielen Fällen. Aber gut, hier ist es scheinbar ein bisschen anders. Also die Einzelbände, wenn man die kriegt, holst du euch. Ansonsten, ich habe ja auch die gesamte Ausgabe damals gelesen. Ich habe mir von Dark Horse das englische Softcover geholt, diese Sammelausgabe. Und es war geil. Es war wunderschön. Und zu gegebener Zeit werde ich mir auch diese beiden auf jeden Fall gönnen. Gerade wenn die noch schöner sein sollen. Ich bin ja so anfällig für schöne Dinge. Liebe Grüße an meine Frau. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt weiter. Denn ich habe nämlich eine Sammelbandreihe, die tatsächlich abgeschlossen ist und wo es nicht danach aussieht, dass da wieder was Neues kommt. Es handelt sich nämlich um die Reihe Gilles der Gauner. Erschienen bei Panini. Und das erste Mal habe ich davon auf dem Comic-Festival in München gehört, wo das Ganze, glaube ich, 2003 rausgekommen ist. Hanko Kolk, der einer der Macher war da, Peter DeWitt, hat ebenfalls dabei mitgemacht. Und die zwei Jungs haben in den 80ern, also ich glaube 1983 oder sowas, haben die die Serie Gilles der Gauner für das EPO-Magazin, das ist auch so ein Magazin, wo so unterschiedliche Comics in einem Band immer in unterschiedlichen Rhythmen veröffentlicht werden, hat er das Ganze geschaffen. Und das war tatsächlich, bis die Serie 2003 eingestellt wurde, der beliebteste Comic der Niederlande. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum kennen wir das noch nicht? Weil es noch keiner rausgebracht hat. Und Panini hat sich jetzt mal ein Herz gefasst. Das ist, glaube ich, wirklich ein Herzensprojekt von denen, dass die die Serie rausgebracht haben. Ich hatte so ein bisschen Zweifel, ob nach dem ersten Band noch was kommt, weil ich glaube, der hat sich ein bisschen unterdurchschnittlich tatsächlich auch verkauft, was man so gehört hat. Aber tatsächlich Band 2 ist schon mittlerweile rausgekommen und Band 3 ist, oh Wunder, auch für den Zeitraum von Erlangen da hinten so angekündigt. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Der kann man, glaube ich, sehr gut einkaufen. Und ich glaube, sollte der Hanko Kolk da sein, ich weiß es nicht, könnte der natürlich sehr gut da ein paar von diesen Bänden verkaufen, indem er einfach eine schöne Zeichnung reinmacht von Gilles oder von einer anderen Figur aus der Serie. Das Ganze wurde so ein bisschen immer der Asterix der Niederlande genannt. Und da dachte ich, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an und habe mir den ersten Band geholt. Und ja, also Asterix würde ich es jetzt noch nicht nennen. Aber es ist natürlich klar, ein Funny im historischen Setting. Da denkt man natürlich in erster Linie erstmal an Asterix. Der Band erzählt auch eine typisch niederländische Geschichte, nämlich aus dem 80-jährigen Krieg 1568 bis 1648. Wer weiß es nicht. Das war ein Zeitpunkt, wo die Niederlande von den Spaniern besetzt waren und andere Teile Europas, auch Luxemburg zum Beispiel, war mal unter spanischer Herrschaft. Und da gab es natürlich früher oder später immer etwas Probleme, wie es mit jeder Besatzungsarmee immer früher oder später Probleme gibt. Und die Niederländer haben sich angefangen dagegen zu wehren. Allen voran eine Gruppe, die sich die Gäuse nennen. Und im Original heißt das nicht Jill der Gauner, sondern Jill der Gäuse im Prinzip. Um als Zugehörigkeit zu dieser Gruppe zu berichten. Und es dreht sich sehr oft darum, wie man anfängt, sich mit den niederländischen Besatzern zu kappeln. Wie man aber auch ganz normale Raubüberfälle, muss man das Ganze wirklich auch nennen, begeht. Und Jill ist optisch so ein bisschen nachempfunden, habe ich jetzt gelesen. Errol Flynn mit einem sehr markanten Kinn. Sehr, sehr breit dazu auch. Er ist wie eine hübschere Version von Obelix. Mit einem Errol Flynn Kopf und dem passenden Bärtchen dazu. Und der zieht halt durch die Gegend, überfällt Leute und beschließt irgendwann, ja, die Spanier, die müssen wir schon im großen Stil halt irgendwie abziehen. Die ersten Episoden davon, die wahrscheinlich dann so im Wochen- oder Monatsturnus, so genau weiß ich nicht, erschienen sind, sind ja immer so Einseiter, wo so lustige Begebenheiten so auf einer Seite dann erzählt werden, wie er irgendjemanden überfällt, wie das misslingt, also mit jeder Menge Slapstick. Und da hatte ich schon die Befürchtung, dass das jetzt die ganze Zeit so wird, weil das ist was, was mich selten immer so hundertprozentig glücklich macht. Ich hatte mit der Erwartung Asterix, hatte ich so eine durchgehende Geschichte halt irgendwie erwartet. Aber im späteren Verlauf des Bandes in 200 Seiten kommt es dann am Ende noch zu einer längeren Story, die auch auf einer historischen Begebenheit beruht, das ganze Ding. Und das hat mir dann deutlich mehr Spaß gemacht als diese Einseiter, weil das war schon sehr auf Kinder abgestellt. Da kann man sagen, ja, das ist Asterix halt sehr oft auch, gar keine Frage. Aber Asterix würde ich noch da drüber ansiedeln, wobei mir Gilles der Gauner auch am Ende mit diesen längeren Storys wirklich gut gefallen hat. Also das hatte Klasse auf jeden Fall. Er hat ein paar interessante Figuren, die immer wiederkehren. Er hat von den spanischen Besatzern, gibt es immer Leute, die wiederkehren. Von den niederländischen Bewohnern gibt es Leute, die sehen wir öfter. Und er baut sich da schon so ein kleines Universum auf. Aber wie gesagt, für den Vergleich mit Asterix finde ich zu hoch gegriffen. Wer aber sowas so ein bisschen in der Art mag oder auch diesen Funny-Stil, ich würde da zum Beispiel denken, dass ein Steffen Liebschner könnte das, glaube ich, sehr gut gefallen. Der hat ja so ein Faible für sowas. Der kann da gerne zugreifen. Und ich werde, denke ich, auch die restlichen beiden Bände auf jeden Fall nochmal reinblättern, ob das da durchgezogen wurde und so weiter und so fort. Das Ganze ist im sehr gut gemachten großen Hardcover-Band erschienen. Gutes Papier. Die Sachen wurden irgendwann neu koloriert. Und auf dieser Form basiert das Ganze so, dass das auch einen halbwegs modernen Anstrich hat. Und dazu gibt es noch ein paar erläuterndes Vorwort, wo die ganze Story noch erklärt wird. Also das ist ein Integralband, wie man sich den wünscht. Und man merkt, dass es Panini, glaube ich, schon wichtig war, dass das Ding wirklich rauskommt und endlich mal Gilles auf dem deutschen Markt auch einen Plätzchen findet. Schöne Sache. Ja, interessant, ne? Also zum einen dieses Wort Integralband, das habe ich tatsächlich erst vor kurzem überhaupt kennengelernt. Da haben wir keinen Begriff. Das habe ich für die Comic-Talk, für diese Reviews auf YouTube, habe ich Sigma Gigantik besprochen. Das wird irgendwann in die Tage erscheinen. Und das ist auch ein Integralband. Und das ist doch richtig. Das ist letztlich eine Sammlung bestehender Comic-Inhalte. Teilweise viele Jahre nach ursprünglicher Veröffentlichung und oft auch in erstmaliger Veröffentlichung. Was ist deines Erachtens die Definition von Integralband, Britzer? Ich glaube, das ist einfach nur ein anderes Wort für diese Gesammelten, für diese Gesamtausgaben. Ne, das ist einfach, manche nennen es Integral, manche nennen es Gesamtausgabe. Aber ich glaube, das kommt aufs Gleiche raus. Oder Kompendium kannst du es auch dann im Prinzip nennen. Ja. Okay. Also einfach nur ein anderer Begriff. Das Interview mit dem kreativen Kopfhitter Gilles Dergaunard, das beim Comic-Festival in München stattfand, das habe ich ja auch gesehen. Zumindest in Teilen davon. Und ich frage mich halt wirklich, wenn das so ein Riesending ist, wenn das in dem Comic-Land Belgien so durch die Decke geht und das jetzt in Deutschland eben so spät kommt. Warum kommt das eigentlich so spät? Gerade wenn der Vergleich zu Asterix gezogen wird, warum hat sich da noch kein anderer Verlag dran getraut? Das wäre ja auch wieder so ein Ding, das würde ich jetzt grundsätzlich bei Kult-Comics auch verorten. Das hat sich bei Nini dran getraut, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber ich frage mich schon, warum das, warum solche Comics, solche Reihen hier nicht diesen Erfolg haben. Hast du da eine Theorie, Bridgestone? Eine Theorie, ja, aber das ist halt wirklich nur eine Theorie, weil ich mich damit nicht näher beschäftigt habe. Es ist halt niederländisch und tatsächlich zu den Franco-Belgien, da bestehen wahrscheinlich schon durch die Verlage ganz andere Bahnen als jetzt zu den holländischen Verlagen. Also so richtig viele bekannte andere holländische Sachen fallen mir da jetzt auch nicht ein. Also niederländisch. Also das wäre wahrscheinlich einfacher, wenn das bei Dupuis erscheinen würde, wo die ganz viel mit Carlsen machen. Da kriegt man, glaube ich, dann eher mal eine Serie, als wenn du da komplett das neu aufbauen musst. Aber vielleicht hat man auch gedacht, ja, wie groß ist der Funny-Markt ab einem gewissen Teil halt. Auch weil das ja schon was sehr Spezielles ist. Und Asterix lebt ja zum Beispiel ganz klar davon Kindheitserinnerungen. Und kein Kind hat Erinnerungen an Jules der Gauner. Das steht mal fest. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Erinnerungen in 20 Jahren an Jules der Gauner haben wird, ist auch sehr gering. Weil das ist, wie gesagt, eine Gesamtausgabe, kostet 30 Euro. Und sehr groß, sehr schwer, 35 sogar. Okay, das müssen wir dann halt wirklich wollen. Und also ist es schon für einen Sammlermarkt jetzt bestimmt, für eben den franco-belgischen Comic-Leser, der sagt, ah, das ist so ähnlich wie. Und es ist auch ein bisschen in die Richtung geht es und man kann damit auch Spaß haben, aber auf Asterix-Level ist es halt nicht. Und vor allem bei Asterix, da ist die Einstiegshürde deutlich geringer, weil du das quasi an jedem Bahnhof für 8 Euro kaufen kannst. Hier, das wird sich durch den Preis deutlich weniger in den Kinderzimmer verirren. Das ist dann wirklich nur für Comic-Liebhaber. Verwehrt damit auch den Kindern direkt den Zugang. Ich verstehe es und ich habe jetzt ein paar Einseiter gelesen. Ich finde es bisher nur nett, ob da der Funke so überspringen wird wie bei einem Asterix, der mich ja wirklich durch meine Kindheit begleitet hat, bezweifle ich auch wirklich stark. Ja, interessant. Ich würde das nur durchblättern. Ich habe keinen Bock auf Funnies, tut mir leid, ich habe noch nie Bock auf Funnies gehabt. Es ist für mich immer Arbeit, sowas zu lesen. Das Einzige, was mich hier tatsächlich ein Stück weit reizt, ist der historische Aspekt, weil ich ja was lernen könnte. Aber bevor ich sowas in die Hand nehme und mich dann damit zur Information ja letztlich auch beballere, würde ich dann doch eher eines dieser 100 anderen Comics lesen, die hier noch rumstehen und gelesen werden wollen. Ich bin da ganz offen, ehrlich und transparent, das ist auch kein Produkt, das mich anspricht. Und der Vergleich zu Asterix schadet dem Comic in meiner Warte eher noch, als er hilft. Ja, so geht mir das komplett mit Mangas, dass ich da sage, das ist meine Einstiegshürde einfach höher. Und dann habe ich eher ein bisschen mehr Herz für Funnies, wenn sie gut gemacht sind. Ich hätte, wenn man gesagt hätte, aber natürlich der Asterix-Begriff, der zieht halt Leute, die sagen, ach, das wäre ja cool, wenn es da noch sowas gäbe. Wo es ganz stark daran erinnert, sind die Frühwerke von Udassau, nämlich Opa Paar und Pit Pistol. Da hat man, also die habe ich auch beide alles von gelesen, da gibt es ja auch so kleine Sammelbände von, weil das nicht so viel war. Und das sind auch sehr oft so Einseiter gewesen, die so auf einen Gag hinauslaufen. Und da ist ab und zu schon dieses Genie durchgebrochen, was man später bei Asterix sieht, auch so ein bisschen Stilelemente, die später definitiv bei Asterix alle noch eine Rolle gespielt haben. Die konnten da so ein bisschen erprobt werden und so gehen die ersten Einseiter auch an mich ran, so von der Art. Und klar, hinten gibt es eine etwas größere Schlacht dann mit den Spaniern, das ist klar, wo der Gilles dann ja durch die ein oder andere List den Schlachtverlauf ändert, was wahrscheinlich auch eine historische Relevanz hat, die wir jetzt in Deutschland jetzt aber nicht wissen, wie das jetzt so 1585 war, als die sich gebettelt haben. Aber trotzdem, dem kann mich was abgewinnen. Ich glaube, es gibt auch keine Alternative zu diesem Integralband, wenn du das hier in drei Softcover-Bänden raushauen würdest im Album-Format, da würdest du nicht die Zielgruppe für finden. Weil ich glaube, die gibt es nicht mehr, die Kids von heute, die wollen, dass vielleicht ein bisschen Plastikspielzeug dabei ist oder was auch immer, da sich jetzt gut verkauft oder Manga. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das passend für einen Sammlermarkt zu machen, weil die letztendlich diejenigen sein werden, die das Ding kaufen. Ich würde aber auch eher von Sergio Aragonis nochmal einen Gru-Band lesen. Trifft ein bisschen eher meinen Humor, was auch immer das über mich aussagt. Weil die 39 Euro, das ist dafür wirklich happig, aber ich verstehe die Kalkulation wirklich. Ja, oh, tatsächlich 39, stimmt. Ja, also das ist, man muss das wollen und man kann Spaß haben, wenn man an dem Genre Spaß hat. Sonst würde ich das auch nicht empfehlen, ja. Aber Andi, du hast ja jetzt was gelesen, was dein Herz wahrscheinlich erfreut hat. Berichte doch mal darüber. Das ist richtig, denn, Disclaimer, ich mag André Lux. André Lux aka Egon Forever, das ist so ein Dude, den habe ich in Stuttgart auf der Con kennengelernt. Und irgendwann war da dieser Moment, ich möchte dich zu weit ausholen, aber da saß ich mit dem bei einer WG-Party in Stuttgart an einem Esstisch. Und ich weiß nicht mehr so richtig viel von dem Abend. Ich war da beim Geburtstag eingeladen von einem Comic-Künstler namens Jens Kasper. Auch da liebe Grüße. Könnten mir jetzt viel erzählen. Wir könnten es auch lassen. Kurzum, ich bin vielleicht so ein bisschen biased, wie die coolen InfluencerInnen heutzutage so sagen. Und hatte da schon so ein bisschen Bock drauf, mir auch das neueste Werk von André zu gönnen. Ich kannte bereits seine anderen Werke und jetzt erscheint halt eben ganz aktuell bei CrossCult wieder mal was Neues von ihm. Die Rede ist von Toni vom Kiosk. Kommt mit einem schönen Hardcover daher. Für 12,99 Euro bekommen wir hier Trommelwirbel. 50 Seiten um die Ohren geballert, die ganz cool sind. Die Rede ist von einem Comic, der in diesem typischen André-Look-Stil daherkommt. Und wer ungefähr weiß, was das ist, das ist nämlich so ein Strichmännchen auf kariertem Papier. Das ist auch etwas, das er mit dem Tobias von Krieg und Freitag gemein hat. Die beiden hatten, haben sie vielleicht noch, keine Ahnung, auch mal einen Podcast zusammen. Es hat gerade so ein Ding, das läuft relativ gut, da kannst du halt mit, wenn man so will, simplen Mitteln, und das ist eine relative Formulierung, tolle Geschichten erzählen. Und der André, der schafft es hier, lustige Dinge zu erzählen. Denn der Witz seiner Beobachtung im Alltag, das ist halt letztlich so sein Ding. Er hatte diesen Agentur-Deb gemacht, das war halt so ein Dude, der in der Agentur gearbeitet hat und da sind lustige Dinge passiert. Das fand ich schon toll und unterhaltsam. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr auch auf Toni vom Kiosk gefreut. Und ja, letztlich geht es hier um fünf Tage in Tonis Leben. Toni, der arbeitet, haltet euch fest in einem Kiosk. Und was man da halt so macht, ist Zigaretten verkaufen, Alkohol verkaufen, hin und wieder mal ein Gespräch mit Menschen führen, die man mag, hin und wieder mal ein Gespräch mit Menschen, die man nicht so mag. Und das Ganze, wenn man so will, gespickt mit einer vernünftigen Prise Humor, mit eben recht feiner Beobachtung, mit zwischenmenschlichen Momenten, mit Alkoholismus, mit Gewalt, mit kifften Menschen und viele weitere spannende Sachen. Hier in einer 50-seitigen Geschichte. Das ist vom Konzept her ganz interessant. Wir haben ja immer, wenn wir dieses Buch aufschlagen, es passiert mir ja gar nicht mehr so oft, aber ich habe tatsächlich hier das Hardcover gerade vor mir. Das hat mir netterweise der CrossCard Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank da auch für das Rezensionsexemplar. Da hast du, wenn du das aufschlägst, quasi auf der linken Seite so ein Splash-Page, was wirklich ein relativer Begriff ist in dieser Stilistik. Es ist letztlich halt einfach ein größeres Quartal anstatt ein kleineres Quadrat. Und auf der rechten Seite in 2x2 hast du eben dann noch Panels dazu. Das Ganze kommt gereimt daher und es macht Spaß. Es ist kurzweilig. Es hat auch so diesen Fußballaspekt, also dass man halt dann natürlich ins Stadion geht und sich über die aktuelle Fußball-Dinge unterhält. Das geht da irgendwie auch mit einher. Und ja klar, Strichmännchen, da könnte man immer auf die Idee kommen zu sagen, es wäre simpel oder hätte einen simplen Strich. Und tatsächlich ist das hier in keinster Art und Weise vergleichbar mit zum Beispiel Black Set, ja. Das ist auf einem ganz anderen Level, natürlich. Das ist aber auch ein ganz anderer Ansatz. Es geht hier nicht darum, ganz ausgearbeitetes Artwork mit detailverlebten Kolorationen, Lineart und hast du nicht gesehen zu präsentieren. Nein, hier steht die, wenn man so will, Geschichte im Vordergrund und zwar mit simplen alltäglichen Mitteln erzählt. Und trotzdem ist es zu keinem Zeitpunkt stumpf oder gar hässlich. Ganz im Gegenteil. Es gelingt André hier mit seinen Mitteln, die er natürlich aus sehr bewussten Gründen auch eben nutzt, diese Geschichte zu erzählen. Mit natürlich auch recht einfachen Perspektiven. Es ist alles zweidimensional hier. Also du siehst Leute eigentlich immer nur, es ist zweidimensional, machen wir uns nichts vor. Woanders kann ich es nicht beschreiben. Und es ist nur, es sind Striche in vielen Fällen. Es sind wenige Striche. Du siehst ganz oft die Bleistiftvorzeichnungen noch auf den Dingen, die er hier gemacht hat, die dann nachträglich mit einem, ja wahrscheinlich mit einem Feinliner halt nochmal nachgezogen wurden, in Anders und Schön. Du siehst alle Korrekturen. Du siehst, dass hier nochmal mit Tipp-Ex drüber ist und so. Das ist halt ein Gesamtkunstprojekt, das so ein bisschen urban wirken soll. Und urban letztlich wirkt es eben auch. Es macht mir Spaß. Ich gucke dem Toni gern zu, wie er die Kotze vom besoffenen Typen vor seinem Kiosk wegwischt. Und ich kann Toni vom Kiosk uneingeschränkt empfehlen. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass der Wiederlesewert ist überschaubar. Also man hat die Geschichte einmal gelesen, dann ist er auch okay. Und für 13,50 Euro Seiten, also ja gut, es kommt im Hardcover, das ist schon okay, aber es ist halt auch nicht günstig im Vergleich. Gerade weil du dann ja letztlich, also jede zweite Seite ist halt dann auch nur diese Splash-Page. Die ist dann natürlich auch, ich würde fast sagen, schnell gelesen. Gerade eben auch, weil du dich nicht so in den Bildern verlierst. Dafür geben sie natürlich dann eben doch nicht genug her. Du hast sie im Regelfall mit einem Blick wahrgenommen und verstanden. Und ganz am Ende dürfen wir noch ein Foto sehen vom André, wie er dann auch beim echten Toni steht. Das ist nämlich der Jan in seinem Kiosk. Und das ist schön, es macht Spaß. Bitte kauft ganz oft Toni vom Kiosk, damit André sich eine Wurst beim Kiosk holen kann. So sieht es aus. Patrick, kennst du den? Hast du schon mal was von André Lux gelesen? Ich habe nicht nur einige seiner Strips gelesen, du hast mir auch ab und zu mal das eine oder andere Comic von ihm geschenkt. Ich kenne zum Beispiel noch Lars der Agentur. Ja, genau, der war es der Lars. Ja, und mir macht die Comics Spaß. Mich erinnert das fast schon an so einen kleinen Independent-Film, wo kein Geld vorhanden war. Aber du erkennst trotzdem so diese künstlerischen Ansätze. Du erkennst diesen realistischen Humor. Also du erkennst dich in vielen wieder. Aber gerade durch diesen Strichmännchen-Style hat das irgendwie doch was Überzogenes. Also du hast da trotzdem noch genügend Distanz. Mir macht es Spaß. Also ich finde die Comics immer wieder durchgehend sympathisch. Aber ich finde auch den Preis von 12, 13 Euro. Ja, okay, dann muss man wirklich Fan sein oder André sympathisch finden, dass man das Geld investiert. Aber ich habe da immer wieder Spaß, wenn ich auf Sachen von ihm stoße. Und ich habe den ja auch auf diversen Social-Media-Kanälen. Also ich lese regelmäßig was von ihm. Ähnlich wie bei Michael Wild, wo ich ja auch regelmäßig was von ihm lese. Also kann man gerne folgen und sich da mal reinlesen. Wenn er ihm das zusagt, dann kann man ja die Künstler unterstützen. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir immer wieder mal hervorheben sollten. Gerade bei so kleinen Künstlern. Schadet das nicht, wenn man die mag, ab und zu mal ein Comic-Band von denen kaufen. Vielleicht bei einer Signi schon in Erlangen dann oder wo auch immer. Für mich ist die Frage, wie du es so beschrieben hast. Und wenn ich, also ich sehe ja nur das Covers, gibt da keine Leseprobe dazu. Aber ist das nicht auch eine Art Fanny? Ja, absolut. Es kommt halt nicht mit diesen Knubbelnasen daher. Und das ist immer so eine Situationskomik, die hier präsentiert wird, die halt nicht mit diesen, naja, ich habe von Fannys sowohl bei Splitter als auch bei Panini und sonst wo immer eher so simple Sachen gelesen. Und da werden wir später bei Gaston ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist mir hier dann schon näher an meiner Lebensrealität dran. Prost! Als andere Dinge. Und vielleicht deswegen was, womit ich mehr anfangen konnte. Aber tatsächlich ist dieser Vergleich gar nicht schlecht. Und es ist auch eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Denn Patrick meinte gerade, das ist ein Comic, von dem ich jetzt wahrscheinlich schon auch, ich habe den Disclaimer ja gesagt, aus persönlichen Gründen gar nicht allzu schlecht reden kann. Wenn ich mal gucke, ich habe ja auch vor einiger Zeit inzwischen auch von der Lisa Neun diesen Comic hier vorgestellt, der bei dem Schwarzen Turm Verlag erscheint. Das Business Girl, glaube ich, hieß der Comic. Und da war die Situation letztlich eine selbe. Ein Aufhänger, ein Thema, das mich grundsätzlich anspricht, in einer Stilistik, die andere als simpel bezeichnen würden. Nur, dass mich das dann da überhaupt nicht abgeholt hat. Und da war das bei ihr, wie ich finde, so habe ich zumindest noch in Erinnerung, relativ repetitiv. Das heißt, es hat mich, nach dem ersten Mal hatte ich das Konzept von diesem Comic verstanden. Und als es dann das dritte, vierte, fünfte Mal kam, mit eigentlich derselben Situation, nur in anderen Farben, da war ich dann halt ein bisschen gelangweilt. Und das ist hier nicht so. Wir haben ihn schon fünf Tage lang im Kiosk stehen, gesehen hier, wenn wir den Comic lesen. Er macht halt Dinge, die man so macht, wenn man im Kiosk rumsteht, wartet und Zigaretten verkauft. Aber, das war für mich immer noch irgendwie so kurzweilig, dass es mich unterhalten hatte. Und das, obwohl auch hier das Artwork, wie gesagt, von anderen als simpel beschrieben werden könnte. Und das ist schon faszinierend, wie das, ja, wie subjektiv letztlich tatsächlich, es ist wirklich so, die Wahrnehmung von so einem Comic-Gren auch sein kann. Es ist mir hier einfach auch, ja, vielleicht sind es wirklich die Themen, die mich hier am ehesten abgeholt haben. Ich kann es nicht anders beantworten. Wie du mal Alkohol, oder? Stuttgarter Party. Amen, Bruder, Amen. Okay, also, dann würde ich sagen, sind wir auch damit durch. Patrick, dann wären wir bei Nummer 2 bei dir. Also, ich habe von Metzen, Tomlin und Liebermejo jetzt den Comic A Wishes Circle erschienen bei den Boom Studios, beziehungsweise auf Deutsch natürlich bei Panini Comics. und es ist ein sehr schräger Comic über zeitreisende Attentäter und, ja, das Besondere daran ist, dass der am Anfang wirklich einen ultra-realistischen schwarz-weißen Stil hat, also auch hier, ich werfe hier Hotmail-Superlativen um mich, Liebermejos Stil am Anfang ist so hyper-realistisch, auch da ist er quasi gefühlt an seinen Höhepunkt, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber irgendwann bricht dieser Stil natürlich, sobald die ersten Morde beginnen, werden die durch Zeitebenen geschleudert und das hat dann einen quasi Spider-Verse-Effekt, weil dann die Stile auch immer wieder wechseln, äh, man passt das den Epochen an, durch die die geworfen werden und da variiert Bermejo-Stil wirklich sehr, sehr schön, sieht auch teilweise cartooniger aus, die Farbpalette, die am Anfang nur tristes schwarz-weiß ist, explodiert förmlich und wir kriegen dann eine wirklich sehr, sehr filmartige Story erzählt, das Problem ist nur, es ist Band eins von drei, also, wie sich die Story entwickeln wird, das werden wir noch merken, ich bin auf jeden Fall schon mal hooked, das Ganze ist wirklich sehr, sehr filmreif inszeniert, aber mal sehen, gerade, weil auf dem Cover etwas angedeutet wird, was du nur gefühlt auf der letzten Seite sehen wirst, da könnte man eventuell enttäuscht werden, ich sag nur, der Dinosaurier da am Schluss, der spielt jetzt noch nicht eine allzu große Rolle, aber ich fand's wirklich mal wieder schön, also ich bin ein Bermejo-Fan, ich mag seine Arbeiten, das war mal wieder so ein Creators-Owned, also er hat Tomlin kennengelernt während der Pandemie, also er hat auf seinem Instagram-Kanal hat er so Filmreferenzen von ihm gesehen und dadurch hat er den dann irgendwann für, wegen einem Film angeschrieben, dann sind sie in Kontakt getreten und irgendwann haben sie beschlossen, ja, lass uns mal einen Comic machen und daraus ist A Wishes Circle geworden, der Film, bei dem es dann geklickt hat, war übrigens I Saw The Devil, schöner, kranker Film, ich warte jetzt aber noch die anderen Bände ab, aber weil wir alle wirklich so im Serienmodus sind und ab und zu auch was anteasern, fand ich, das ist schon mal ein vielversprechendes Projekt, ich werde das weiter verfolgen, inhaltlich kann man nicht viel sagen, ohne viel zu spoilern, weil es wirklich, du wirst mit den Charakteren immer wieder durch die Zeit geworfen, es hat auch so einen Ruckeleffekt, den sie da erzeugen wollten, das haben sie wirklich sehr schön gemacht, also ich bin heute ein bisschen Optik versessen, während Andi einige Stufen zurückdreht mit Lux. Ist schon schön, die Leseprobe ist echt wunderschön, das sieht echt gut aus. Sie haben ja auch hier richtig krasse Cover-Artists drangeholt, also natürlich eines von Bermejo selber, aber auch Jay Lee und Alex Garner, also das sieht alles schon richtig gut aus. Also ist jetzt ein krasser Umschwung tatsächlich von den Rechenfesten jetzt halt, das muss man echt sagen, aber das ist ein Augenschmaus, ja. Ja, wirklich, und das muss ich eben wirklich herauskristallisieren und gerade, weil ich nicht gedacht habe, dass Bermejo seinen Stil oder seine Stile so variieren kann. Wir haben hier auch wirklich teilweise harte 70er, 80er Science-Fiction-Vibes. Hat Spaß gemacht zu lesen, aber am Ende habe ich mich so ein bisschen enttäuscht gefühlt, weil ich eben nicht die ganze Story am Stück lesen konnte. Vielleicht wäre da ein Sammelband auch mal was Schönes. Aber klar, dieses Artwork, irgendwie muss man das finanzieren, von daher, ja, lest rein. Ich hatte mal Spaß damit. Ja, da sind wir alle drei hooked und ich denke, da werden wir glaube ich alle drei auch mal reinschauen. Vom sehr detaillierten Artwork zu wieder doch etwas reduzierten Artwork komme ich jetzt, denn ich habe meinen letzten Comic von den Kanadiern, die ich mir besorgt hatte, jetzt endlich mal gelesen. es ist so, dass Chester Brown auch einen historischen Comic gemacht hat, den hatte ich ja schon vorgestellt. Chester Brown dafür bekannt, dass er Paying for It gemacht hat, einen autobiografischen Comic, wo er darüber gesprochen hat, dass er regelmäßig zu Prostituierten geht und das auch näher ausgeschmückt hat in diesem Comic. und da war ich doch sehr gespannt, was er macht, wenn er mit vollem Regierungssupport aus Kanada den Comic über Louis Riel macht. Ich nehme an der Name Louis Riel sagt euch genauso wenig wie mir, bevor ich diesen Comic gelesen habe. Überhaupt nichts. Ja, also Louis Riel ist ein kanadischer, ja, wie soll man das sagen, Politiker, Freiheitskämpfer, Rebell, all das und noch viel mehr. Denn diese Figur, wie gesagt, ist für Kanada sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jenseits von Kanada dürften ihn die wenigsten Leute kennen, wobei er eine Zeit lang auch in Amerika gelebt hat. Aber er hat, ähm, er war quasi, ja, wie soll ich das sagen, Vertreter auch von indigenen Völkern in den USA, denn, äh, es gab eine Zeit, wo die Karte noch nicht so war in Nordamerika, wie wir sie jetzt kennen, dass wir da ganz oben halt Kanada haben, darunter die USA und Mexiko, sondern da gab es noch viel, viel, ja, nicht richtig besetztes Land und zum Beispiel eins davon ist Manitoba gewesen, was Louis Riel später begründet hat, das hat zunächst eine Handelskompanie gehört im Bereich von heutigen Kanada und nach der Gründung von Kanada haben die Kanadier, die von Osten rüber kamen, Kanada hatte ja auch einen englischsprachigen Teil und französischen Teil, was da für Herod, wie das vorher besetzt war letztendlich und das ist dann aufeinander so ein bisschen zugewachsen, so wie wir das von den USA auch kennen, dass das zum Unabhängigkeitskrieg in den USA, da war ja die USA-Karte auch noch nicht so, wie wir sie heute kennen, sondern da gab es auch noch Gebiete, die noch nicht sich angeschlossen hatten und es ist sehr, sehr komplex, erstmal die Grundsituation ist, aber Kanada hat sich gegründet und versucht jetzt mehr Land zu kriegen und von dieser Handelskompanie haben die dieses Land gekauft und möchten das jetzt unter ihren Einfluss kriegen und das ist in erster Linie, obwohl sie nicht mehr Briten in dem Sinne, sondern schon Kanadier, ist das ein Einfluss für größtenteils englischen Leuten. In Manitoba, also diesem Bereich, der später von Louis Reel gegründet wird, ist aber die Situation folgende, dass diese Handelskompanie im Bereich war, wo hauptsächlich von physischsprachige Leute waren und die größtenteils Nachfahren von den ersten Franzosen waren und Händlern aus Frankreich, die da waren, die sich aber mit der einheimischen Bevölkerung vermehrt haben und die Bezeichnung in den Comics ist Half Breed. In alten Karl-Mai-Büchern liest man da immer von Halbblut, also quasi Menschen, die halb indianisch sind und halb französisch in diesem Bereich dann ganz klar und da gibt es auch noch eine große Zusammengehörigkeit mit den anderen Stämmen, die da so drumrum wohnen und man ist überhaupt nicht dafür, dass die Briten in Gestalt der neuen Kanadier jetzt sich diesen Teil da auch noch einverleiben und Louis Riel ist da schon so ein bisschen der Revolutionär, der dagegen geht, einerseits politisch, aber er stellt auch ein Heer auf, um zum Beispiel die kanadischen Truppen abzuwehren und dabei geht er nicht gerade zimperlich vor, also da wird auch gern mal wie jemand erschossen oder exekutiert oder wie auch immer, also da geht es richtig, richtig hart zur Sache und wir erleben die ganze Historie von Louis Riel, der in Kanada dann wohl doch eine gewisse Berühmtheit dann dadurch hat, dass er gegen den ersten Präsidenten gekämpft hat und diesen Bereich Manitoba dann auch gegründet hat und verfolgen seinen Lebensweg, denn die Revolution, die er so geplant hat, die waren alle nicht so richtig erfolgreich, die wurden sehr gut niedergeschlagen von den restlichen Kanadien und er ist zwischenzeitlich auch mal geflohen in die USA, wo er dann Ideen hatte, dass er der neue Prophet ist und dass er einen religiösen Ansatz gekriegt hat bei allem, was er kriegt, da ist er aber dann wieder von abgekommen, hat dann das ganze nochmal versucht, ist leider auch wieder gescheitert und das Ende vom Lied ist, man hat Louis Riel dann tatsächlich auch exekutiert, also er ist dann wirklich von der Politik in Kanada umgebracht worden, während andere von seinen Weggefährten es geschafft haben, dann irgendwo hin zu flüchten und sich ein anderes Leben aufzubauen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum musste es Chester Brown sein, der das ganze zeichnet, weil Chester Brown finde ich als autobiografischen Menschen mit seltsamen Neigungen sehr interessant, aber zeichnerisch ist der natürlich sagen wir mal Geschmackssache, also er ist auch ein bisschen reduziert, also jetzt nicht so Rechenkästchen reduziert, aber er macht schon ganz gerne ähnliche Gesichtsausdrücke auf nah aneinanderliegend Panels oder benutzt Panels sehr oft mehrfach oder er hat auch so verschiedene Gesichtsausdrücke, die er gerade bei Louis Riel immer wieder benutzt, wo er sich sehr hat von historischen Fotos inspirieren lassen von Louis Riel und er verknüpft das Ganze zum Webteppich aus Fakten, die er auch dazu gesammelt hat und die Fakten sind alle im Anhang sehr genau besprochen, das ist jetzt aber für jemanden, der da nicht so in diesem Kanada Ding drin ist, so semi interessant, muss ich jetzt sagen, weil da sind mir viele Zusammenhänge einfach nicht so klar und der Band hat es jetzt auch nicht so richtig geschafft, das alles zu erhellen. Ich glaube, wenn man in Kanada ist und kennt dann die ganze Historie, dann ist das ein bisschen spannender und so obliegt es mir halt, die Story zu betrachten und die ist ganz nett gelungen, er macht auch so leichte Funny Anleihen, also hier gibt es tatsächlich auch ein paar Knollnasen, das war bei Paying for It nicht in dem Maße, den wir hier sehen, aber es stellt dann Gewalt auch gern mal doch schon ein bisschen deutlicher dann zum Buche halt, also da kann schon mal jemand mit einem Pferd niedergetrampelt werden, erschossen und so weiter und so fort, das passiert dann schon alles, aber gerade zum Ende vom Buch, ich weiß nicht, ob man ihm dann gesagt hat, naja, es muss langsam mal fertig werden und wird zum Beispiel seitenlang auf Hintergründe im Gerichtssaal verzichtet, weil das ist einfach dann alles schwarz, also wir haben dann immer den Verteidiger sprechen, den Richter sprechen, vielleicht mal Louis Riel was sagen und die Unterschiede sind halt wirklich marginal, dass er mal den Arm hebt oder den Arm senkt, aber es ist sehr oft einfach das gleiche Panel und das finde ich ein bisschen schade, also da hätte man mehr draus machen können optisch. Es ist Mr. Brown irgendwie hätte, ist das natürlich ein Must-Have und es ist tatsächlich auch auf Deutsch erschienen bei Baho Comics, kam das 2001 raus, hätte ich jetzt niemals damit gerechnet, dass es nochmal auf Deutsch dann tatsächlich noch kommt und hatte vorher schon die kanadische Version von Drawn and Quarterly, aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich Special Interest, das ist wirklich nur für Leute, die sehr, sehr viel mit Chester Brown oder kanadischen Comics im Allgemeinen anfangen können, ich würde das jemand, der sich nicht so wirklich für die Geschichte interessiert, auf keinen Fall wegen der Zeichnungen da an die Hand legen. Ich glaube, das wäre für euch wahrscheinlich auch nicht die richtige Baustelle oder wie schätze ich das ein? Ne, da habe ich lieber so eine verwichsten Taschentücher Stories als was geschichtliches ist, irgendwie Ja, ich finde es interessant, dass dieser Comic jetzt bei Bahül Books erschienen ist, ich persönlich kenne die jetzt eher von diesen Musikcomics, die jetzt aktuell eher machen, ich habe dann mal ein bisschen rumgegoogelt und habe herausgekriegt, dass dieser Comic im Original, dass der laut Internetseite von Bahül Books als eine der meistverkauften kanadischen Graphic, als die meistverkaufte kanadische Graphic Novel gilt und das ist schon krass, weil das heißt dann ja auch, dass, keine Ahnung, war diese Kate Beaton, war die jetzt Amerikanerin, ich glaube schon, das spielt nur in Kanada, oder doch nicht, keine Ahnung, aber das gilt als so ein richtiger Kassenschlager gewesen, das Ding hier, das ist auch Ducks, meinst du? Ducks, ja genau, von Kate Beaton, genau, und das Ganze ist ja auch in zehn Ausgaben erschienen, dann irgendwann noch als Sammelband, in den Jahren 99 bis 2003 sind diese Einzelausgaben erschienen und das ist ja schon auch eine lange Zeit für zehn Issues, so viele Jahre, vier immerhin, das kann man schon machen und ja, ich habe jetzt durch die Leseprobe, die wir uns dankenswerterweise auf der Seite von bei Höhbuchs anschauen können, mal angeguckt und es ist alles ganz nett und so, ist halt wirklich ein sehr spezieller Teil der Menschheitsgeschichte, muss man schon sagen und deswegen frage ich mich, ob hier auch so ein bisschen Erklärmaterial dabei ist, so ein bisschen Anhang, so ein bisschen Geschichtsdinge, lieber Breaststorm, ist da was drin oder kriege ich nur die Geschichte und das war's. Nee, nee, es gibt tatsächlich einen sehr ausführlichen Anhang, nach Seiten geordnet und auch in derselben Schrift, die 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 Sprechblasen im Prinzip haben, aber auch leider in derselben Größe, also es ist alles schon sehr klein und handschriftlich hier aufgeführt und zu jeder Seite sind Erläuterungen, wo er das teilweise gefunden hat, wie er das betrachtet und bei manchen Sachen schreibt er erst vielleicht auch eine Übertreibung, wie der Zeitzeuge das gesehen hat, also das ist da tatsächlich schon sehr ausführlich behandelt und ich glaube, da hat er wirklich auch Unterstützung gehabt von jemandem, der da historisch sehr bewandert ist in dem Bereich. Ich möchte mal kurz zu Patrick zurückzukommen, der mit den Taschentüchern, also mit dem klassischen Cover, das war natürlich Joe Matt, also das ist nicht Chester Brown. Ja, Joe Matt hat da sehr, sehr gerne drüber gesprochen, über seine, ja, über seine Porno-VHS-Sucht und Chester Brown sind ja mit dem Prostituierten. Ja, also der hat eine weitere Weil du eben von Prostituierten geredet hast, ja, stimmt. Ja, er hat ja, er hat ja noch mit The Playboy und I Never Liked You hat er auch so autobiografische Sachen gemacht, die wirklich auch sehr unterhaltsam sind, also da wirst du noch einiges Lustiges finden, wo ich glaube, das ist genau dein Humor. Aber, also die Botschaft ist, wenn man mit Chester Brown anfängt, vielleicht nicht unbedingt mit Los Real anfangen. Okay, was haben wir denn dann nicht Funny-mäßiges beim Andi zu lesen jetzt? Uh, das ist überhaupt nicht Funny, das weiß ich jetzt schon. Ja, da war er gekommen, der Moment, wo ich mir dachte, ey Andi, du brauchst ja für die nächste Ausgabe der Comic gucke ich noch so ein Klassiker, so ein Comic, der bei dir schon viel zu lange im Regalraum steht, den alle außer dir gelesen haben und den du unbedingt mal nachholen musst. Und da habe ich mir aus der zweiten Reihe was rausgefischt, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob das ein Klassiker ist. Ich meine, Autor ist Alan Moore und gezeichnet wurde das Ding von Jason Burroughs. Es sieht wunderschön aus, ist 2011 und 10 und 3 und oh Gott, das ist ja wirklich mit sehr viel Abstand, sehe ich gerade, in den Staaten auch erschienen. Und ich frage mich, ob das ein Klassiker ist. Man schaut noch drauf empfohlen, ab 18 Jahren. Und bei Panini ist es auch erschienen. Es geht irgendwie um Lovecraft. Ich glaube, es ist Horror, habe ich mir so gedacht. und wusste nicht so genau, ach, liest du einfach mal und zack, war es geschehen. Ich hatte diesen Gewaltporno in Comicform durchgesuchtet. Und ja, ich möchte zunächst die Frage deswegen nochmal auch an Patrick zum Beispiel weiterspielen, der den Comic auch kennt. Ist Neonomikon ein Comic-Klassiker? Nein, überhaupt nicht. Ist schon speziell Quatsch, oder? Ich würde es noch nicht mal als Quatsch bezeichnen, aber da gehen wir später drauf ein. Ich weiß, dass dieser Comic gerüchteweise entstanden ist, weil Alan Moore Steuerschulden hatte und deswegen nochmal einen Comic veröffentlichen musste. Und dementsprechend fühlt sich das für mich irgendwie auch an. Okay. Nun ja, ich habe das Ding gelesen und ich möchte jetzt im Rahmen der inhaltlichen Zusammenfassung zunächst einmal das erste von fünf oder sechs Kapiteln quasi inhaltlich spoilen und glaubt mir, ey, danach geht es eigentlich erst richtig los. Die Rede ist von FBI Agent Aldo Sachs. Der ist dabei irgendwo im Nirgendwo, es wird auch irgendwo gesagt, völlig egal auch, Ritualmorde aufzuklären. Es gibt verschiedene Morde, deren verstümmelten Opfer alle irgendwie gleiche Arten von Verschimmelung haben. Jedoch gibt es da verschiedene Täter und doch Täter, das sind nur Kerle, glaube ich, gewesen, die wiederum gestehen teilweise die Morde, gestehen sie teilweise auch nicht und es gibt erst einmal keine Zusammenhänge zwischen diesen Morden, obwohl die allem Anschein nach zusammenhängen müssen, weil dafür sind diese, sag ich mal, die Art der Verstümmelung viel zu explizit. Er macht also seine Recherchen, er ist dann in einer Rockszene unterwegs, wo Konzerte laufen, er hat mit Drogen zu tun, das Ganze, weiß ich nicht genau, wird wohl schätzungsweise so in den 90ern spielen. Er ist dann in so einem Club, wo diese Rockkonzerte stattfinden, wie gesagt, Drogen spielen eine wichtige Rolle, er ist aber eigentlich in, wenn man so will, geheimer FBI-Missionen da unterwegs und versucht diese Morde aufzuklären. Er ist dann nur inoffiziell und er ist bereit, nahezu alles zu machen, um diese Probleme und ja, letztlich Morde aufzuklären. Er lässt sich mit einem Dealer ein und nimmt eine komische Droge. Diese komische Droge versetzt ihn in irgendeine Art von Fantasiewelt, die wir dann sehen, also er hat so einen richtig klassischen Trip, hier sehen wir eben auch diesen Tentakel Cthulhu-Gott, der Lovecraft Cthulhu, genau, den halt Fans ganz gut kennen dürften und am Ende ist er selbst in diesen Sog aus Gewalt und Drogen drin und tötet eine Person. Zwar sehr blutig und sehr ritualmordsmäßig. Dann beginnt erst die eigentliche Handlung, wir machen einen Zeitsprung und beobachten zwei FBI-Agents dabei, wie sie wiederum versuchen, diese Ritualmorde aufzuklären und versuchen dann auch diesen Bezug herzustellen zu Aldo Sex, dem FBI-Agent im ersten Kapitel. Das Ganze entwickelt sich zu einer wirklich auf der einen Seite stilistisch schönen Sache, aber auf der anderen Seite wird es mehr und mehr erotisch bis hin zu Gewalt erotisch. Es ist ein Gewalt-Porno. Hier werden Personen vergewaltigt, hier werden spätestens ab der Hälfte des Comics geht es eigentlich nur noch um Sexualpraktiken und die Präsentation derer. Es ist aber, und das rettet diesen Comics so halb, nicht so ganz so stumpf. Es ist nicht wie dieses Cross zum Beispiel, was ich vor einiger Zeit mal gelesen hatte. Das Jason Burroughs auch gezeichnet hat. Was ich nur stumpf und kacke finde, weil da ging es nur um die Präsentation von Gewalt und den Schock, den Schockmoment, das war hier vermutlich nicht der einzige Grund für diesen Comic. Alan Moore erzählt schon eine Geschichte, die sich orientiert an den H.P. Lovecraft-Mythos, an Cthulhu und Teile von dieser Monster-Welt, in dem Fall geht es zum Beispiel um eine sehr abstrakte Sprache, die in diesem Comic eine Rolle spielt. All das fließt hier mit ein, ist eine schöne abgeschlossene Geschichte, hätte bestimmt auch gut als Kurzgeschichte funktioniert und ist wie gesagt sehr brutal, ist deswegen zu Recht ab 18 Jahren empfohlen und ist glaube ich inzwischen auch Verlags vergriffen, das kriegt man glaube ich gar nicht mehr so einfach und es ist dann wirklich aber irgendwann, also irgendwann siehst du eine Person, eine weibliche Person oben ohne nackt rumstehen, sie ist selbst Nymphomanin gewesen, sie ist wohl von ihrer Sexsucht befreit im Laufe, das haben wir zum Zeitpunkt, wenn wir das lesen, ist sie schon davon befreit und es wird aber, also das erste mal die Brustwarzen sind, denke ich mir so, okay, okay, ab 18, ja klar, warum, da kann man nicht mehr nackte Personen zeigen, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, es wird, wie gesagt, es geht über in brutalste Vergewaltigung, das kann man nicht anders sagen, es geht hier um eine Art Sekte, es wird sehr brutal, dann eben auch Mord und Totschlag im wahrsten Sinne des Wortes, das hat mich dann doch sehr überrascht und das ist wahrscheinlich dann irgendwann so ein Level gewesen, was dann schon noch irgendwie dafür gesorgt haben muss, dass das hier hätte gar kein Klassiker sein können, weil es dafür zu wenig Mainstreaming daherkommt, ja klar, es ist schön und die ein oder andere Wendung ist ganz cool, der finale Twist auf den letzten Seiten, der ist dann gar nicht mehr so überraschend, der ist eigentlich irgendwie absehbar gewesen, also es war irgendwie nicht so, dass du was gelesen bist, was einen krass aus den Socken haut und insofern ist es ein Comic, habe ich jetzt gelesen und werde ich jetzt wieder verkaufen, also das ist nichts, was ich irgendwie in der Sammlung gebrauchen könnte, auch wenn es grundsätzlich verhältnismäßig schön ist, die Kolorierung, ich weiß gar nicht genau, wer sie gemacht hat, ob das jetzt auch The Burrows gewesen ist, aber ja, die passt halt schon auch ganz gut, ich sehe hier gerade Farben sind von einem Juan Ma, wer auch immer das ist, ja, insofern von mir nur eine Empfehlung für Leute der genannten Artists und vielleicht auch für Leute, die alles gelesen haben müssen, wo H.P. Lovecraft und Cthulhu draufsteht, ansonsten ist das hier auch so schnell vergessen, wie man es gelesen hat, muss ich leider so sagen, viel nackte Haut, viel Blut. Abgesehen von der einen Sequenz, die ich wirklich widerlich fand, die hast du jetzt mehrfach angedeutet, diese Vergewaltigungssequenz am Pool, meine Fresse, war das widerlich und unangenehm, das, was Lovecraft immer nur angedeutet hat, das war hier so explizit und widerlich, dass, nee, sorry, also schon allein dafür, ich war da wirklich angewidert und dachte, sorry, Alan Moore, hättest du deine Steuern lieber bezahlt, weil das war nix, Alan Moore hat deutlich Besseres rausgebracht, deutlich bessere Klassiker, die die Comic-Landschaft geprägt haben und von Jason Burroughs würde ich eher so die Chroniken von Wormwood empfehlen, sogar für Lovecraft-Fans ist das teilweise arg widerlich und wie das schon so schön angedeutet hast, auch dieser Twist, wo sie sich erhofft haben, dass der nicht aus den Socken haut, der ist doch mindestens mal ab Seite 10 absehbar, also ich hab das Ding auch verschenkt, weil ich das nicht mehr im Regal haben wollte, sorry, ein Klassiker ist das echt nicht, auch wenn die Künstler wirklich gute Arbeit geleistet haben, vor allem dieser Torture-Porn-Aspekt hat dafür gesorgt, dass ich den gar nicht genießen konnte. Ja, ich will jetzt auch nicht zu klein reden, weil es ist schon irgendwie auch eine Genre-Geschichte und es ist schön gezeichnet und wer Bock auf mal sowas hat, ich kann es verstehen, aber da muss auf jeden Fall eine fette, fette Trigger-Warnung oben drauf, das hier ist eine Vergewaltigung, die einschockieren kann auf jeden Fall. Das ist nicht eine Vergewaltigung, das ist ein Rudelbums, also spoilern wir das einfach mal, es ist wirklich, einige Fischmenschen gehen auf einen Lymphomanen los und vergewaltigen die, da bleibt nichts der Fantasie überlassen, also nee, war absolut nicht meins. deswegen würde ich es auch eigentlich hier gerne schon wieder beten wollen, ich habe nicht sehr viel mehr dafür zu erzählen, zu Neonomikon, vor einiger Zeit erschienen bei Panini Comics, auch krass, dass die sowas gemacht haben. Ja gut, Alan Moore ist halt immer der Name, um Dinge auch zu verkaufen, also wenn Alan Moore drauf schreibt, wirst du das verkaufen. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, bei denen Alan Moore da auch in der Sicht, ich sage nur Six Spectre, die wurde auch vergewaltigt und du hast es auch bei VW Vendetta, also auch einen der Klassiker angesteuertet, dass sie da misshandelt wurde, das ist mir dann auch nochmal in den Kopf gekommen, dass er nicht immer sehr gnädig ist zu seinen weiblichen Hauptfiguren. Ja auch, dass man da H.P. Lovecraft benutzt, gerade weil das wird teilweise ja auch in Comic erwähnt, H.P., nicht Baxter, sondern Lovecraft, hier auch eher immer nur Sex angedeutet hat, er tendenziell wohl eher ein asexueller Mensch gewesen sein muss und so und dass man das jetzt hier nutzt und interpretiert als er war richtig übel, hat es halt nicht hingeschrieben, kann man machen, muss man nicht, nächster Comic bitte, danke. Ja, also ich bin der Meinung, wir brauchen jetzt endlich mal wieder was Lustiges, deswegen kommen wir zur Ja, in der heutigen Ausgabe unserer Authority haben wir uns mal jetzt einen wirklichen Klassiker rausgesucht, der in einem neuen Gewand darkommt. Die Rede ist von Gaston, einen wirklichen Urgestein, auch in Deutschland sehr bekannt die Serie, denn die wurde von dem Fanliebling schlechthin erschaffen, nämlich von André Franquin, der auch für Spiro wirklich, ja, wahrscheinlich die wichtigsten Arbeiten gemacht hat und im Rahmen von Spiro trat immer mal eine gewisse Nebenfigur auf, nämlich Gaston, im französischen Gaston Lagaffe und irgendwann hat dann der liebe Gaston natürlich auch eine eigene Serie bekommen, weil man hat sich gefragt, ja, was ist eigentlich mit dem Kerl so los, der braucht doch mal was und diese Serie lief von 1957 bis zu seinem Tod, also von Franquin im Jahre 1997. Er hat dann danach verfügt, dass kein anderer Mensch auch nur den Hauch davon machen darf mit Gaston irgendwas zu machen und das ist aber in der Zwischenzeit ausgelaufen, es gab Streitereien mit Hinterbliebenen von Franquin und man hat das Ganze, man hat einen Vergleich geschlossen und so durfte Gaston unlängst auch in Spiro wieder auftreten und jetzt kommt der erste Band von Gaston in seiner eigenen Reihe. Das Ganze hat gemacht, also der letzte war halt 1997 und da ist er gestorben und seitdem durfte halt bis auf diesen Gastauftritt bei Spiro durfte da nicht viel passieren. Nicht unerwähnt soll natürlich auch Gideham bleiben, der bis 1967 auch bei Gaston mitgemacht hat, aber dann bei den späteren Sachen logischerweise dann nicht mehr. Delaf ist der Mensch, der jetzt uns Gaston näher bringt und ja, da bin ich auf eure Eindrücke gespannt, weil ich weiß, die könnten so ein bisschen konträr sein. Funny haben wir jetzt wieder. Andi, mach mal des Teufels Advokat und schildere mal deine Eindrücke. Meine Eindrücke sind ja, aber, also ich muss sagen, ich habe das Gaston, das war so ein Name, den hatte ich schon so dunkel im Kopf, da wusste ich Verordnen, auch die Sachen, die du sagst, die weiß ich schon, damit kann ich umgehen, wie das wo erschienen ist, der ist ja letztlich auch so ein bisschen ein Kommentar auf ein Leben innerhalb einer Comic Redaktion, das ist auch das, worum es in diesem Comic geht, hier werden verschiedene, jeweils einseitenlange oder manchmal auch zweiseitenlange Anekdoten erzählt, die immer im absoluten Chaos enden, Gaston, unser Protagonist, ist der Grund, der aufgrund von Experimenten wiederkehrende Figuren verschiedener Art, ein Redaktionsleiter, einen Herr Karlsen in der deutschen Übersetzung, dem also der Verlag gehört und viele weitere Figuren wie Polizisten, wir haben aber auch natürlich jede Menge Easter Eggs, also Spirou tritt auf, hier tritt auf, das Masopilami und weitere Figuren, die man kennen kann, wenn man sich mit diesem Universum rund um Spirou und diesem Spirou Magazin auskennt. Ich wusste okay, das wird bestimmt ganz lustig und ich muss aber auch sagen, das wissen die Hörerinnen der Comic Cookies bestimmt, ich bin jetzt nicht so ein richtig großer Fan der franco-belgischen Funnies, tue mich da immer wahnsinnig schwer mit, habe jetzt zum Beispiel auch noch nie Hand aufs Herz, glaube ich, noch nie einen ganzen Spirou am Stück gelesen und deswegen war das für mich ein bisschen eine Herausforderung und dann fange ich so an, das zu lesen und ich dachte mir, okay, Gaston, 22, ist ja jetzt hier eine super Sonder-Special-Edition, die wir übrigens dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit dem Karlsen-Verlag auch verlosen können, gibt es dreimal, müsst bis zum 15.5.24 um 9 Uhr entweder eine E-Mail geschrieben haben oder uns via Facebook, Twitter und Instagram euren Teilnahme mitgeteilt haben, dann seid ihr schon im Lostopf und könnt einen von drei Bänden der Neue-Edition von Gaston 22 die Rückkehr eines Chaoten gewinnen. Ich habe es gelesen in digital und war natürlich erstmal ein bisschen schwierig, könnte sein, dass ich das extrem scheiße finde, weil es halt so gar nicht mein Ding ist und dann lese ich das so, ist die erste Geschichte, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und muss sagen, ich fand das alles ganz lustig. Ich habe da was gelesen, das irgendwie mit Comics zu tun hat, irgendwie auch ein Comic ist und das mir Spaß macht. Ich wusste den Humor zu schätzen und verstehe auch, denke ich, dass das hier ein bisschen viele Referenzen macht auf ehemalige Ausgaben, dass wir wieder natürlich das Publikum abholen müssen, dass diese Comics jetzt nach vielen Jahren wieder liest. Wir müssen Figuren so halb wieder neu einführen, wir müssen das Redaktionsleben ein bisschen darstellen und das Ganze aber auch mit einer Optik, die sich scheinbar recht nah am Original orientiert und das war dann so erstmal der Stand, da hatte ich dann den halben Comic gelesen und dachte mir so, ja ist ja okay, hätte schlimmer kommen können, das ist ja kurzweilig. Aber dann merkte ich irgendwann, ey das ist ja eigentlich wirklich 50 Seiten lang derselbe Scheiß. Das ist ja wirklich ein komplettes Album, in dem eigentlich immer wieder dasselbe passiert. In verschiedenen Aspekten, in den wenigen Panels schafft es unser Zeichner, der, wie heißt der, Delav, uns eigentlich immer wieder zu erzählen, dass irgendwas passiert, irgendwas ist schräg, am Ende brüllen alle rum, es brennt, es gibt ganz viele Symbole in dem Bild zu sehen, es ist sehr vollgestopft alles und dann gibt es so eine Art Auflösung am Ende der Seite und das innerhalb von, keine Ahnung, bestenfalls 10 Panel und das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, weil halt ein Funny und so, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass meines Erachtens die Veröffentlichungsform als Sammelband, als ein Band, der auch ja nur, was sind das, 50 Seiten oder sowas hat, 48 Seiten, das ist die völlig falsche Veröffentlichungsform. Dafür ist es viel zu repetitiv und nach der dritten, vierten, fünften Geschichte eigentlich nur noch mal dasselbe, nur mit anderen Figuren und anderen Ideen, aber die Art des Humors ist einfach, das ist zu langweilig, als ich da jetzt 48 Seiten am Stück von lesen kann. Das wäre tatsächlich in meinem Fall, aus meiner Perspektive ein Comic, der sehr viel besser funktionieren würde, käme er zum Beispiel als Webcomic daher, jede Woche eine neue Seite oder käme er als Beitrag in einer Comic-Anthologie daher, wie das beim Spirumagazin ganz sicher mal der Fall gewesen ist. Diese Art von Veröffentlichung hätte dem Comic sicher sehr gut getan. Wir kriegen den jetzt hier als diese Gesamtedition, die schon lustig ist. Das ist ein guter Comic. Das ist auch nett, aber das ist definitiv nichts, was ich am Stück lesen kann. Das ist was, das habe ich irgendwie auf dem Tisch liegen und dann lese ich da abends zwei, drei, vier Seiten und dann klappe ich zu und lese dann irgendwann später die anderen Seiten wieder ein paar, eine Handvoll und dann mache ich da so in Etappen weiter. Es ist nichts, wie gesagt, was ich am Stück lesen kann. Das ist so mein erster Eindruck von dem, was ich zu dem, zu dem Gastor 22 sagen kann, der, um es nochmal deutlich zu sagen, den ich für einen guten Comic halte, aber die Veröffentlichungsformen in Sammelbandformen finde ich ungeeignet. Das ist so mein erstes Fazit dazu. Wie sieht es bei euch aus? Patrick, was meinst du? Wieso fragst du nicht erst den Spirufern? Aber, nee, ich fand den Comic auch wirklich nett. Vielleicht hast du da weniger Probleme reinzukommen, eben weil das nicht wirklich so ein 48 Seiten Comic ist, sondern weil du den besser dosiert bekommst. Du hast nur gerade eine Überdosierung abbekommen und du bist kein franco-belgischer Fan. Das wissen wir. Ich fand trotzdem, es hat ein paar wirklich schöne Referenzen abgefeuert, sei es an schwarze Gedanken. Gefühlt wird auch alle drei, vier Seiten mindestens mal der Name Frank-Hor erwähnt. Ich weiß nicht, ob das im Vertrag drin stand, dass der Name so oft erwähnt werden musste. Mir ist es nur aufgefallen. Und zusammen mit Frank-Hor ist auch damals Fantasio aus der Redaktion von Gaston verschwunden. Deswegen hat er in Demmel diesen Platz übernommen. Deswegen war das so ein netter Umkehrschluss, dass Gaston jetzt erstmal Demmel wieder in den Wahnsinn treiben muss. für mich so einer der lustigsten Strips, wo der Psychologe quasi fast alle aus der Redaktion inklusive diesen Polizisten da betreut und Gaston dankbar ist. Bei Irgendwann kommt dann auch Fantasio zurück, was für die Tage dann auch wahrscheinlich mal wieder was Neues war beziehungsweise ungewöhnlich. Ich fand's nett. Also nett ist das, was für mich das Ganze am ehesten trifft. Nicht nur, weil Gaston wirklich aussieht wie einer meiner ältesten Kumpels und der dem auch wirklich verdammt ähnlich ist. Ich hatte mal einen Spaß, aber ich find's trotzdem nur eben nett, aber es ist vielleicht eher ein netter Einstieg für Leute, die wissen wollen, was ist franco-belgischer Comic, ohne dass jetzt in diese bedeutungsschwangere Historie eintauchen müssen. Es gab auch wirklich viele in dieser Anspielung auch die ganzen Erfindungen, mit denen Gaston die Leute in den Wahnsinn getrieben haben. die Katze, dieser komische Vogel oder auch diese eine, die immer irgendwie so ein bisschen verliebt ist in Gaston und er peilt's nicht. Also ich fand's einen netten Comic. Ganz kurz noch, weil du sagst franco-belgischer Comic, ich glaube, ich muss noch ein bisschen auch in diesen Comic, wenn man so will, es klang jetzt so aggressiv, was ich sagte und so negativ, aber so ist es ja gar nicht gemeint. Das ist, das kann ich glaube ich auch sagen und ich habe noch nicht so viel gelesen meiner Erfahrung, wenn ich die Omar-Spende von Lucky Luke mal ausklammern möchte, ist das hier der wahrscheinlich beste franco-belgische Funny gewesen, den ich je gelesen habe. Ja, also lieber das als jeden Asterix, den ich je gelesen habe. Ist einfach so, weil das einfach mehr Spaß macht. Muss man auch mal sagen, aber halt eben nicht in dieser Öffentlichungsform. Aber ich verstehe natürlich, dass man in Deutschland sowas als Sammelband bringt und nicht als Heftform oder in irgendeinem absurden Magazin, das eh keiner kauft. Das kann ich schon verstehen, dass es in der Form daherkommt. Und nochmal, das ist ein tolles Ding, aber am Stück lesen konnte ich es nicht Und was ich auch immer so eine lustige Randnotiz fand, gerade Phantasio, der Trottel von Spirou ist die meiste Zeit, der regt sich darüber auf, wie vertrottelt Gaston ist. Das fand ich immer so ein Widerspruch in Sicht, dass sich der Trottel über den Trottel aufregt, aber egal. Ja, so Britson, da ist halt ein Moment, wo du das alles nochmal für vernünftige Menschen resümieren kannst. Ja, also ich, sehe das Ganze als eine Hommage oder ein Verneigen von Delaf vor Frank Hörn, weil es sieht halt wirklich original so aus, er versucht da in keinster Art und Weise was Eigenes reinzubringen, weil wenn du da reinblätterst und hättest den vor ein paar Jahren gesehen und hättest dich nicht ausgekannt, hättest du gesagt, ja, das muss auf jeden Fall von Frank Hörn gewesen sein. Also die ganze Optik ist so, die ganze Umgebung ist so, da ist nichts angepasst, da sind keine neuen technischen Spielereien irgendwie drin, und der Gaston hat immer noch seinen klassischen Renault, den er durch die Gegend fährt, da sind ganz, ganz viele Anspielungen verbaut zu alten Sachen, die Dinge, die er immer dabei gehabt hat, Erfindungen, die er gemacht hat, weil Gaston ist auch ein großer Erfinder und die Erfindungen dienen natürlich auch nur dazu, immer Cars zu machen und ich glaube, dadurch, dass es zunächst alles im Spirou Magazin erschienen ist, ist da der Fokus ja auch nicht darauf, dass das als Sammelband irgendwann erscheint, sondern es ist eigentlich genauso, wie du dir das wünschst, du hast halt dein Spirou Magazin, was, keine Ahnung, jede Woche, alle zwei Wochen, weil es jetzt nicht rauskommt und dann blätterst du da drin und dann hast du da deine Gaston-Seite oder zwei, weiß ich jetzt nicht und die Sammelbände, die kriegen wir dann am Schluss und können die uns dann von Carlsen ansehen und ich habe das auch nicht in einem Stück durchgelesen, weil es mir auch so mit diesen ein- oder zwei-Seitern geht es mir auch so, dass ich sage, ja, okay, aber das ist dann tatsächlich was, was ich dann auch mal liegen lassen kann und dann lese ich mal wieder ein paar Seiten, also ich will nicht sagen, es ist ein Toiletten-Comic, aber dafür wäre es natürlich prädestiniert, weil man dann immer so eine gewisse Dosis hat und das nicht erwartet, dass da, ja, eine durchgängige Handlung ist, wobei natürlich rote Fäden drin sind oder Fäden wieder aufgenommen werden, die er am Anfang irgendwie gelegt hat, also das gibt es dann schon, aber das ist gar nicht das Ansinnen. Das Ansinnen ist hier, was zu machen, ein Comic, der so originalgetreu wie möglich ist, von Frank Coeur Stimmen stammen könnte und ich denke, das haben die auch geschafft und das ist auch wieder die klassische Leserschaft, ist hier halt auch der Sammler, der halt schon seine Gastons, sei es in den Originalen, sei es jetzt in den Sammelbänden, die es natürlich auch dazu gibt, irgendwie da stehen zu haben und dafür ist es genau richtig und du siehst ja, dass wir eine sehr hohe Beteiligung schon vor Ausstrahlung der Serie haben an dem Gewinnspiel, sieht man ja schon, dass der Name Gaston da sehr gut zieht, wir haben das ja über Social Media schon geteilt, an dieser Stelle sagt, also ich sage ich natürlich, folgt uns natürlich auf Facebook, auf Instagram oder Twitter, auf unserem wunderschönen YouTube-Kanal, wo auch immer und dann seid ihr immer informiert und da haben echt viele Leute schon teilgenommen und das ist ein Ding, das ist halt wirklich ein Ding und das ist bei ganz, ganz vielen auch so ein Jugenderinnerungsding und tatsächlich ist es noch näher, finde ich, als die Asterix-Klone, die wir in den letzten Jahren teilweise gesehen haben, wo auch die Optik natürlich exakt kopiert wird, ist es tatsächlich noch näher dran, weil es wirklich genauso aussieht, das ist wirklich, da kriegst du Erinnerungen dran, also ich zumindest, ihr seid ja noch ein bisschen jünger, wie war das, wenn man in den 80ern so ein Comic aufgemacht hat von Gaston und das sieht dann genauso aus und auch Spiro dieser Zeit, das ist genau das, was er da umsetzt und das wollten sie, das haben sie geschafft und das ist genau für diese Leserschaft jetzt wie mich oder noch verrückter nach dieser Art von Comics, da geht dem bestimmten Herz auf. Ich finde es auch wirklich schön, dass dieser Comic existiert und es wirkt deutlich weniger gewollt als die neuen Asterix-Comics, das muss man leider auch dazu sagen, weil es nicht nur durch die Optik die Stimmung deutlich besser einfängt, wie gesagt, die Funnies, die liest du auch nicht wirklich in einem Sammelband, sondern die liest du immer wieder mal seitenweise, jede Woche zwei, drei Seiten. Vielleicht ist es auch wirklich so eine Dosierungssache, die Menge macht das Gift, von daher vielleicht liest du da auch zwei, drei Seiten am Tag oder in der Woche und bist dann zufrieden. Ganz genau, so ist es und wenn auch ihr diesen Gaston-Comic haben wollt, macht, wie es der Anni erklärt hat, bei unserem Gewinnspiel mit. Habt ihr noch berühmte letzte Worte, Freunde? Schließt ein Bier-Abo in eurer lokalen Nanobrauerei ab. Prost. Hab ich nicht, schade. Okay, das ist ja ein sehr runder Abgang, ich merke das schon. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, es ist Zeit für unsere Verabschiedung. Ich würde sagen, bis spätestens in den Erinnerungen, falls wir nicht vorhin noch eine Folge aufnehmen. Tschüss. Ciao. Pa. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020